Yo, liebe Leute, mein Name ist die Saison und herzliches Willkommen! Willkommen! Ja, und das ist Dai gewesen. Der liebe Domi ist wieder dabei und der liebe Maya. Und wir machen heute den zweiten FFA-Part. Und ja, hm 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 hm. Der letzte war ja echt, echt scheiße. Äh, was? Ich hab gewonnen. Hallo, ich war so früh draußen, ne? Ohne Worte. Ohne Worte. Nö. Das war easy. Und ich will diesmal neben Dai. Also von Dai finde ich das gar nicht so schlecht. Der fokust mich zumindest nicht. Ja, genau. Finde ich, finde ich, finde ich okay. Aha, willst du damit was andeuten? Ja. Fokus, fokus. Wollen wir das draußen regeln? Ja, können wir gerne draußen regeln. Okay. Ich, ich bring, ich bring da meine Messlatte mit. Boah, Ifat Klurak dabei. Wo? Ach nö, wahrscheinlich ein Xer. Nein, das ist ein Yer. Okay, Ifat Klurak, Hootsasser und die Nacktschnecke. Ja. Die Nacktschnecke, welche sind die Nacktschnecke? Äh, ähm. Ja. Die Nacktschnecke. Gastron. Die Nacktschnecke. Er hat die Nacktschnecke dabei. Was ist die Nacktschnecke? Leute, Leute ohne Witz. Also ich glaube ich mach mit Gastron, das nenne ich Nacktschnecke. Mein C ist schon Nacktschnecke. Ja. Ja. Ich wollte, äh. Oder ich nenn, oder ich nenn Visko ganz so. Nacktschnecke. 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 Haha. Es ist tatsächlich grad knifflig, was ich noch mitnehmen soll. Wieso? Nacktschnecke. Also ich hab mein C stimmt. Äh, Maya hat Manafee ausgetauscht. Manafee? War der der Manafee? Hä? Ich seh keinen Manafee. Er hat ganz unten Manafee. Macht da unten Manafee's denn? Das kann man eben doppel... Alter. Fokust ihn. Für Manafee. So! Ich weiß, dass das Manafee geschwärtsfokust ist. Shit! Shit! Ich hab jetzt nen Pokémon vergessen. Ich hab nen Pokémon vergessen. Was für nen Pokémon hast du vergessen? Hä? Ist das Knackrax shiny? Es ist shiny, weiblich und heiß. Alter, nö. Juno? Geil! Oh nein. Also wenn Juno nicht auf Thumbnail kommt, dann hast du ein Problem. Ich weiß gar nicht, wer ist ein Juno? Na ich mein, dass man ein shiny Knackrax hat. Easy predicted! Ich mach Yves vielleicht sogar für den Part einen Thumbnail eventuell. Ja, das wär wär so nice für beide Parts, ey. Würde ich mich drüber freuen. Oh Mann, mein Manafee. Ash Glurak. Und er kommt mit dem Sandsturm raus. Nö. Das ist dein spezielles Glurak. Nein, er hat ein Tyranitor mit. Oh, ich hab neins vergessen. Der ist denn jetzt Juno? Mhm. Juno ist mein schein Knackrax. Nein, der kleine Zähne. Ja, schmeiß ihn mal bitte rein. Danke. Nee, danke. Warte. Das ist dein spezielles Glurak. Das ist echt's Herz. Also echt Glurak Herz. Ja, das ist mein, das ist mein. Das ist mein, mein, mein Ash Glurak. Hallo? Das ist voll, voll Ash. Das ist speziell, das weiß ich. Guck nicht mal mit Narvians in großen Augen. Das ist voll süß. Nein, lass den Sandsturm da! Oh shit, ich glaub ich hab gerade Riesenzieher gemacht. Und das war's. So, der Sandsturm ist weg. Na jetzt kommt erstmal die Dürre raus. Hahaha. Und der ist für den Siedelwasser gegangen, ne? Nein, ich bin doch nicht blöd. Nein, überhaupt nicht. Ich bin doch recht blöd. Ja, ich wusste es. Das, das war logisch. Ähm. Okay. 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 Das war jetzt nicht dumm, Leute. Dyle, vertrau mir. Ja. Geh nicht auf mich. Geh nicht auf mich. Vertrau mir einfach. Er kann uns beiden nix machen. Okay. Er kann uns nix machen. Den nehmen wir raus. Also das ist mein Napfi jetzt. Fände ich gar nicht mal so nett. Ja. Domi mach irgendwas. Geh auf dieses dreckige Nacken. Das hat nen Schweifglanz. Domi mach irgendwas. Ich kann nix machen. Er wog zurück. Ja, pass auf. Gary. Hallo Gary. Nice. Hallo Gary. Wann ist es beabsichtigt? Fick dich, Dyle. Ja. Nice. Easy predicted. Easy. Was hast du denn gemacht? Ha. Siehst's gleich. Ich hab Rache gemacht. Oh man. Oh man. Hä? Ich hab Rache gemacht. Warte mal. Oh man. Tschüss. Energiewold. Oh shit. Oh shit. Oh. Das hat er nicht predicted. Never. Never man. Never. Oh man. Ne. Das hast du nicht. Nie im Leben hast du das predicted. Das kannst du erzählen was du willst. Soll ich was sagen? Hab ich auch nicht. Alter. Alter. Ne. Ich hab mir gedacht, du wechselst halt aus. Und da bin ich auf was anderes gegangen als diese Wasser. Hi. Hi Cobalion. Hi Clumac. Was sagst du? Alle auf Vichu? Ja. Alle auf Vichu. Wahrscheinlich. Oder? Bist du dir sicher, Dyle? Ich bin schneller als du. Okay. Doch nicht. Geh auf dieses Drecks, Manaphi. Das ist ein FFA, Mann. Alter. Geh auf dieses Drecks, weiß ich nicht was, aber nicht Manaphi. Boah ey. Der Fred ist jetzt lokalisiert für mich. Ja. Ja. Ich wollte nur Rache üben. Lol. Er gibt sogar auf den Delegat. Oh ne. Wieso prediktet das keiner von euch? Hä? Wieso? Nice. Nice. Super. Super. Dankeschön. Wieso prediktet das eigentlich keiner von euch? Bitte miss mal Solarstrahl. Also das missen wir doch. Ich will das Blenden von da oben. Ja. Glaube ich nicht. Never. Ist auch nicht so. Ist leider auch nicht so. Er ist schneller. Ja klar. Aber warum Eis? Alter. Es ist effektiv als Gold. Glaube ich. Nein, warte. Stimmt gar nicht. Oh Mann, war das blöd. Alter. Ohne. Nö. Trotzdem knapp nicht gereicht. Das hatten wir ja gesehen. Bye, Manaphi. Oh Mann. Da ist schon wieder ein richtig starker Verdreck. Aber wir haben jetzt einen Sango draußen. Ja? Und was sollen wir jetzt gegen dieses Sango machen? Ähm. Ja, Sänge ist doch. Das nimmt sich mit der Zeit selber raus. Ja. Mit der Zeit. Hoffe ich auch. Aber wenn euch ne fucking Fassade macht, ist hier gleich sehr viel Damage. Ich hab keine Fassade drauf. Kannst daher fragen. Das ist das von gestern. Alter. Hallo Sherrod. Na, willst du sterben? Nö. 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 Doch. Das muss sterben. Nee. Hm. Gibt's. Ähm. Tommy. Ich hab schon was gemacht. Brauchst mich nicht versuchen. Meier. Ja, ich schau mich mal cool an. Ja, das hab ich mir gedacht. Dirk, du kannst sagen, ich hab keine Fassade. Stimmt's? Alter. Wenn ihr jetzt wieder auf uns beide geht, ne. Finde ich nicht gut. Ich hab schon gelockt. Ich hab schon gelockt. Ich kann nichts mehr anderes machen. Ja, dann disconnecte mal bitte und dann spielen wir alles nach, dass du was anderes machst. Danke. Ja, genau. Ja. Ja, ist das so. Jetzt, wer wählt wieder nicht aus? Maja. Warte mal. Sorry. Ich hab alles ausgewählt. Hat Zengo schon immer solche lila Augen gehabt? Ja. Ja. Wow. Nein. Und auf Zengo? Wow. Nein. Shit. Der hat das gut. Tommy, was hast du gemacht? Ich wär mit ner Rückkehr auf Flurak gegangen. Shit. Danke. 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 Ja, danke. Nein, super. Alter, die Team. Wir sind so gut, ey. Richtig gut. Das war's. Und ich hab dein Teamwork am Planen. Richtig gut, ey. Nice. Danke, dass du's rausgenommen hast. Jetzt kann ich... Sauber. Jetzt kann ich für ne Heatwave gehen. Nimm Xeroax raus. Läuft. Okay, gut. Der stimmt früher oder später. Schön. Okay, 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 okay. Kobalium, nimm mal bitte das Glurak raus. Okay, 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 okay. Hm. Da steht links und rechts. Links ist Maia, oder? Links ist Maia. Das Scherox ist Maia und das andere links da. Ich bin das Scherox. Geh mal bitte auf dieses Glurak. Das ist der viel größere Fred als ein Scherox. Nein. Nein, weil du Kobalium bist. Kobalium braucht keine Angst zu einem Scherox haben. Ey, ohne... Überlegt mal bitte, ne? Ihr beide... Oder beziehungsweise... Da steht ein Delegat drauf. Wer ist das defensive Scherox? Ja, das ist ein De... Guck mal. Da steht ein Delegator. Oh Mann, war das dumm. Fuck. Er geht mit Patronen über auf mich. Ja, natürlich. Und jetzt kommt der Draco oder so. Okay, bye bye. Das gewinnt ihr Teil. Wir müssen jetzt diesen Delegator brechen. Seid alle vernünftig. Doch, doch doch doch. Geht dann erst recht wieder auf irgendwas. Nein, ich geh... Ich will... Hallo. Ich muss ja auch hier schaffen, dass wir das... Wow. Wow. Ich fokuse niemanden. Wow. Komm, komm. Lässt nach. Okay. Jetzt bringt's jetzt zumindest was. Ja. Jetzt bringt's was. Ja, okay. Wir müssen das Kobalium rausnehmen. Alter, haltet die Schnauze. Alter, haltet die Schnauze. Nein. Macht ihr nicht. Doch, machen wir. Doch, machen wir. Okay. Es muss raus. Es muss raus. Das war mir klar. Domi wird sich jetzt gratis boosten. Da bin ich mir sicher. Was? Was? Komm, komm, komm. Geh kaputt. Geh kaputt. Nice. Ja. Sauber. Und... Und was ist da gegangen? Das tank... 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 Nice. Und jetzt? Er verdient. 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 So, warte mal. Wie können wir jetzt... Was ist das nochmal für Typ Kampf Stahl, ne? Ja. Okay. Kann ich's rausnehmen? Du hast wahrscheinlich die Lebenbrühe. Kann das sein? Nein. Nein. Ich kann's rausnehmen. Ich kann's rausnehmen. Hoff ich. Ich hoffe es. Ich kann's auch rausnehmen jetzt. Ja, aber du bist nicht schneller. Ja. Ich bin nicht schneller. Das stimmt. Du bist doch nicht schneller. Ne, aber... Nur so angemerkt. Ja, was sich aber für jeden von uns entscheiden lief. Wollte ich grad sagen. Oder er geht auf Cherox. Hm. Das geht auch. Okay, ich mach mehr als 25% Damage. Das ist schon mal schön zu wissen. Wow. Was ist denn niemals mehr als 25%? Er setzt 9 auf, ey. Bitte sag, dass du schneller bist. Ja. Und es trifft... Nein. Nicht. Oh Mann. Hättest du getroffen, ey. Wir hätten's rausgenommen. Und ein Quit. Wow. 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 Da steht ja überhaupt zu unnötig. Aber es ist ein Quit. Und... Nice. Und das letzte Mal. Teil auf dem Delegator, was auch ein Quit, Alter. Richtig gut. Aber auf Smile war's natürlich... Er kann hier nur Crits machen. Er kann hier nur Crits machen. Ich kann... Wenn ich kein Crit kriege... Guckt euch mal auf mein Smiley den Quit an. So wenig Damage. Und jetzt hat Rückenwind nachgelassen. Nice. Jetzt müsstest du schneller sein, ne? Könnte sein. Könnte sein. Ach, das ist Juno. Okay. Mhmm. Das ist Juno, ja. Verstehe. Okay. Bitches. Verstehe. Nice. Okay. Okay. Verstehe. Teil hat ja noch... Ne, hat es noch... Ne, er hat es noch zwei. Ich wollte gerade sagen, er hat drei Pokémon. Aber mir leuchten drei Bälle da auf. Ich dachte... Okay. Hat sich grad geflernt. Dann wird der Heck Meme... Ey, Maja, ich glaub, das wär am Ende der Gewinn. Ihr glaubts auch. Das ist ein FFA. Ihr seid auch nicht Team. Ich glaub, das gewinnen wir nicht. Hm, ja. Ist auch nur ein FFA. Ohne Worte wieder. Da würdest du ausdrücken, dass keiner von uns beiden das gewinnen wird. So. Und jetzt? Oh, wunderschön. Alter. Oh, schick. So schick. Und bitte. Es tut mir leid. Oh, nice. Oh, Mann. Ihr seid so Arschlöcher. Wirklich. Ähm, tschüss. Knack, krack. Wow. 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 Danke sehr. Wow. Bitteschön. Wow, ne. Wow, ohne den Cricket hat es nicht mal gereicht. Oh. Oh, wow. Oh, Mann. Es ist richtig unverdient. Weißt du... Ah, ne. Warum ist das jetzt schon wieder unverdient? Weil ich mit Feuersturm auf Kobadium gegangen bin. Wow. Richtig gut. Und Madame... Mist... Oh, shit. Ne, ne. Ganz ehrlich. Ich geh doch nie wieder auf Eve. Ich geh jetzt ab sofort immer auf Eve. Teil ausgerüstet von mir. Nö. Du bist ja auch grad auf mich gegangen. Nö. Sagt er erstmal. Nö. Doch. Also, warte. Leute, schaut euch den letzten Part an. Da ist er auch auf mich gegangen. Also, ne. Zweimal. Zweimal steigen können müssen. Und dann noch... Predicted. Ist mir egal. Ich will nur die Sonne draußen haben. Damit der Surfer nicht mehr so steig ist. Bist du auf mich gegangen? Nein. Gut. Oh, shit. Weil du vorhin die ganze Zeit nur Fokusstoß eingesetzt hast. Ja. Darf ich das nicht? Ich hab doch nicht... Alter, ich hab nicht die ganze Zeit Fokusstoß gemacht. Echt jetzt? Du hast was anderes eingesetzt? Ja. Ich hab doch grad nen Drachenpuls auf Knackrad gemacht. Ach stimmt. Da war was. Da war was. Da war was. Aber ich glaub ich hab das trotzdem gewonnen. Das ist... Ne. Er hat ja noch einen Mann. Ja. Ich glaub ich hab da... Ich glaub ich hab gewonnen. Glaubst du? Ziemlich sicher sogar. Sicher? 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 Ja. Easy. 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 Alter, nööööö. Dann kommt der Flex. Das gibt's ja nicht. Unsch. Und er reicht nicht. Komm've schon Ekon. Ja, Holding. Das tankst du. Das tankst du Whiskughorn. Ésig! etically. Du bist scheiße. Was kommt so aus dem Werder raus. Du bist scheiße Wiscughorn. Nöööö. Der ist de nations gather 2x am Stück gewonnen. gloryequible was ist hieramer sonne. Bisboilert. Ihn gewbolt 3. Überhaupt zwei mal gewonnen. Obwohl dieser Part erst î Streetes hochgeladen wird. Der leucht. Danke. Gespoilert Lade den jetzt mal bitte als erstes hoch, damit Domi gespoilert hat Läuft Ist schon klar, Meier Aber Dail, wieso? Wieso gehst du auf den Delegator? Alter, genau Das war eigentlich extrem gut, dass du sag ich mal, den Fokus los gemisst hast weil dadurch habt ihr mich eine Runde länger in Ruhe gelassen Ja, was muss ich ja aber ich wusste ja, dass ich dich rausnehmen kann mit meinem Viscogand, von daher war das völlig egal Aber was mich überrascht hat, hattest du Init-Investment auf deinem Viscogand? Ja, Spatzangriff und Init Einmal Scheues und ich hab auch noch ein mäßiges und dann hab ich noch ein spezielles Das war wahrscheinlich das Scheue, oder? Mhm, genau Und das ist dafür da, wie gesagt, weil das Scheue ist halt zum Raushauen im Prinzip Bestimmt nur um Cetra King auszuspeanen Nee, nee, nicht nur um Cetra King auszuspeanen weil ich hab's dann mit Glurab und mit Gary und dann mach ich einfach im Prinzip alle drei Typen ähm, verdicke ich da mit Wasser Sturmsug von, äh, Gastrodorn Und in der Energy Ball zum Beispiel mit Viscogand hänke ich das Ne? Äh, wie T-Ball Bei T-Ball kannst du ja auch in deine Schnecke rausgehen Was? Bei T-Ball kannst du da auch in die Schnecke rausgehen Genau, genau Deswegen, also da hab ich alle so ein bisschen was von resisted Ne? Und wie gesagt, ein Energie Ball tag ich da mit Viscogand Dann hattest du wahrscheinlich mit Blitzer auch noch Wollt Absorber Richtig Ja, alles irgendwie Absorber, ne? Nur wegen Elektro Richtig gut, ne? Ja, und ich würde sagen, wenn euch auch dieser Part gefallen hat, lasst einen Daumen da, würde ich mich auch wieder drüber freuen und besucht auch die anderen drei Junge hier Ja, easy Ja, easy, easy sagt er es mal Und ich bedanke mich, dass ihr dabei wart Beides, beide mal mit einem Pokémon gewonnen, easy Noll Und ich, wie gesagt, bedanke mich, dass ihr dabei wart Und immer wieder gerne und ich würde sagen, danke, dass ihr dabei wart, zugeguckt habt Und wir sehen uns dann im nächsten Part oder im nächsten Kampf wieder im Wifi-Bette Was auch immer Bis dahin Ciao, Leute Ciao Ciao